Es war mal eine Insel namens Fabian. Auf dieser Insel waren viele Palmen, eine Hütte und eine Lupe. Auf der Lupe konnte man zwei Tierchen sehen. Sie hießen Brad und Bob. Hallo Brad, wie geht's dir so? Gut Bob. Hörst du das Raschen auch? Ja. Was ist hier los? Wo sind wir hier? Wer ist das? Ich bin Poseidon, das ist mein Reich, das ist das Landland. Können wir hier ruhig eine Nacht bleiben? Ja, könnt ihr, aber nur eine Nacht. Wie wär's, wenn ich dich aufesse und später wieder ausspucke? Na okay. Habt ihr euch jetzt entschieden, wer von euch beiden jetzt hier wohnen darf? Ja, ich. Okay, du darfst passieren. Endlich bin ich draus. Was ist hier los? Was machst du denn hier? Ich hab' ihn aufgefressen, weil ich nicht allein sein wollte. Okay, dann geht nach Hause. Wie denn? Endlich sind sie weg. Endlich waren sie wieder auf der Insel Fabian. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heutzutage auf der Insel. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gehen sie wieder auf der Insel Fabian. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gehen sie wieder auf der Insel Fabian.